Taverno wünscht viel Spaß Hey! Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet! Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute! Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite sehen! Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell! JTF-6-8 an Tauer. Sicht auf den Hudson. Ja. Zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF-6-8 klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wollen. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden. Aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück, Sie werden was brauchen. Hallo und herzlich willkommen hier zu TOTI Vision. Endlich ist es draussen. Wir haben gewartet. Geld alleine. Oh, ja. Oh, ja. Schon schweissige Hände an den ganzen Nachmittag, jetzt. Am 1 hat es geheißen gehabt. Sechs Doss, jetzt ist es 4 Uhr. Jetzt können wir endlich loslegen. Ja, TOTI Vision gibt es da zu viel zu sagen. Ich glaube, die meisten von euch werden es kennen. Der Späte-Avend. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Genau. Wir wissen ja genauso viel wie ihr. Vielleicht zwei, drei Videos gesehen und alles andere erlernen wir jetzt gemeinsam, oder? Würde ich auch sagen, ja. Mit der Taste M kann man hier die Map öffnen, noch für einen Überblick. Hier ist der Weg bereits vormarkiert, also nicht von uns. Und wir müssen hier zum Pennsylvania Plaza. Wirklich, wie steht eine Operationsbasis. Überschnurren. Überschnurren, gut. Wegmarkierung ist aktiv. Sechsler kann man, ja. Sehr schön. Kannst du Waffe nehmen? Nein, nichts. Ich kann nicht. Die Spiel natürlich auch schon auf Deutsch. Finde ich das super. Wie machst du das? Hallo. Er bleibt hängen. Was? Er hört nicht mehr auf. Achso, jetzt hört er wieder auf. Das war meine Taste 8, aber jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ist auch ganz toll. Nein. Nein, ich habe nicht sehr viel. Puck. Ich wollte eine Waffe führen und habe mal durchgesprungen. Taverno braucht Hilfe. Taverno kapituliert. Was? Wie? Wieso? Weiss doch auch nicht. Ja, was braucht Hilfe? Das ist super, ja. Herzlich willkommen. Wie kann ich dir denn helfen? Keine Ahnung. Äh. Äh. Vor allem, wieso kann ich mich nicht bewegen? So, vielleicht jetzt. Jetzt geht es wieder. Escape. Alles klar. Let's go. Sorry für den Unterbruch. Hahaha. Ah. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Ja, sieht wunderbar schon mal aus. Das ist Bullshit. Wir dürfen Manhattan nicht verlassen. Mein Bruder und sein. Einfach Bullshit. Wir sind ja hier in Manhattan. Vor oder nach meinem Black Friday. Ich weiss gar nicht. Wir sind hier richtig. Äh. Klar. Ich cut jetzt mal durch. Wir sind gut ausbesitzen. Hier wieder raus. Hallo. Sieht, das ist schon fett aus. Muss ich sagen. Sieht geil aus, ja. Ich muss auch noch ein bisschen zurückstellen. Bei 4,25 FPS. Mal schauen, wie sich das... Ah. Ah. Solitärs. Wer bist denn du? Ah. Wenn man hier im Darkshout kann, kann man den Knarren vorne nehmen. Nein, ich glaube, wir sind hier im öffentlichen Hub. Da können wir sich eben mit anderen Spielen verbinden. Da hat es Händler und so. Aber wir haben eh noch kein Geld, oder? Nix. Nada. Da. Das Camp Hudson ist das da. Kann man hier mal... Käufer entdeckt. Waffenhändler. 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 Ja. Ich muss hier mal die Tastenkombinationen durchgehen. Hehe. Wäre vielleicht noch eine gute Idee. Drücken Sie E, um einen Erkundungsimpuls zu senden. Ja, das ist bei mir die Haffgranate. Ah, jetzt haben wir sie frei. In diesem Fall die Waffe und so. Eh, drücke ja. Oh. Ah, jetzt Waffe in der Hand. Oh, da habe ich auch. Rechte im Austasten zielen. Oh, nice. Herzlich willkommen in der Division. Eiii. Wo scheissen? Okay. Also Leerschlag. Ich kann warten. Leerschlag? Leerschlag in Deck. Ich gehe aus. Okay. Leerschlag lasst du auch wieder los. V ist Dings. STRG. Okay. STRG. Ah, jetzt sind wir in den Bereich wieder rausgekommen. Hm. Ah, den hat er gerade direkt hüpfen. Ah, wie hast du jetzt die Rolle gemacht? Ähm, den hat er selber gemacht. Beim Innenliegen. Ah, Säcke mittler im Ausraten. Ach, gibst du noch einen mit den Kolben? Ah ja, schau. Schau. Schau, können wir ein paar böse Leute suchen? Hehehe. Ich will einfach alles überhaufen, damit wir in den Weg kommen. Alles, schau. Schau, dort hat es schon etwas rechts. Wenn wir die abknallen, sind die Zivilisten. Nein, das sind glaube ich Zivilisten. Wir können ja mal ein bisschen näher hinnehmen. Chelsea. Stufe 2 bis 4. Unerforscht. Erforscht. Sie hat eine Verletzung dort. Wir müssen da nicht durch. Nein, nein. Bedürfiger Zivilist. Bedürfiger Zivilist? Das hat ja auch Bedürfiges. Danke für Ihre Güte. Ah. Hast du noch 1G? Du bist nett. F. Ich schulde Ihnen so viel. Ich kann jetzt irgendwie XP bekommen. Ist das richtig? Alles nehmen. Ja, ich auch. Sie haben ein neues Kleidungsstück. Wer von dir? Drücken Sie ein. Im Inventar. Warte, 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 warte. Zur Dialog. Nein, oh Gott, bitte. Nein. Und die haben Angst, weil ich die Waffe in der Hand habe? Krass. Nein. Ich will auch sehen, oder? Aber das hast du jetzt nur alleine bekommen, oder? Ich habe das nicht bekommen. Doch etwas von der Hut zu geissen. Ah, da, da, da. Keine Zeit für die Serie. Geh. Los, weiter geht's. Mühen wir hier gerade aus, oder hier rechts? Vorher ist es hier links durch. Gell, vorher ist es links durch. Wechselt dann das den Weg. Das testen wir gerade mal. Naja, jetzt gehen wir mal schauen. Ja, aber grafisch ein wunderbarer Leckerbissen. Ja. Ich konnte es auf Ultra stellen. Die Frames sind bei 52. Ja, es hat gewechselt. Schau, das ist dynamische Navigation. Krass. Los, bist du für einen. Hallo. Wir sind auf derselben Seite. Kannst du dich nicht scannen mit E irgendwie? Oh, zweimal. Ah, okay, okay, okay. Ah, mit E, wo ist sie? Ah, wir müssen gleich auf G-Chel sein. Ja, ja, genau. Ähm, was wollte ich fragen? Was hast du eigentlich für eine Fertigkeit gewählt? Äh, Sunny. Sunny, okay. Dann kannst du noch so um das Auto rumlaufen. Ist auch cool. Das mit dem Klettern, das muss ich bei mir auf andere Tasten legen. Klettern? Ja, wenn du an einem Auto stehst. STRG. Ah, ist zwar nicht schlecht. Okay. Hm. Hey, ciao. Wer bist denn du? Oh Gott. Kritische Treffer schaden. Keine Bedrohung gefunden. Gut. Sehr gut. Weiter geht's. Kannst du auch langsam laufen. Kannst du nur mal so checken. Ich weiss nicht. Kamerumschaden. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Was ist da? Wo wartest du denn da runter? Stehen Sie da nicht rum. Verschwinden Sie hier. Oh, Bedrohung gefunden. Was willst du? Dort hinten? Dort hinten, wo es rot ist? Ja. Können wir da mal drüber? Können wir schon. Mal schauen. Holdi, holdi. Im Moment haben wir noch nicht wirklich zu viel zu verlieren. Da können wir gut ein wenig. Okay, jetzt nicht weiter. Ist ja mal cool, wie es überall so Dings markiert. Oh, Ratten. Ratten? Verdammte Ratten. Echt, wirklich nice. Die ist jetzt nicht mehr... Nicht mehr rot? Hast du das ja noch angezeigt? Nein. Vielleicht musst du noch mal scannen. Capra-Car nicht mehr. Okay, dann Cooldown. Was bist du für einen? Wie läufst du da langsam? Äh, mit Seilen. Ah, ja. Wilde Hunde. Gut. Keine Bedrohung, oder? Ich habe zwei Bedrohungen gefunden. Ah, da hinten. Schau da, ein Gebäude hier hinten. Ja, das ist ein Gebäude, ja. Das ist ein Bär. Oh, hier kommt Gina, schau. Oh shit. Oh, 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 oh. Hier. Einer da. Rauschen. Rauschen. Komm schon, los geht's. Der ist hinten raus. Der ist hinten raus. Der ist hinten raus. Ah, das ist nur ein Büro. Das ist mit. Wie mir ist. Der ist down da. Hat der nichts da, wo er looted? Verschwommene Sicht. Warum? Ah, der hat noch so eine Gasgranate fallen lassen. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Kein Drop. Kein Loot. Schade. Mhm. Ich habe irgendwas genommen, aber es hat mir gar nicht viel Zeit, dass es gewesen ist. Jetzt gehen wir mal weiter. Mal schauen, wo wir da. Ja, gehen wir weiter. Wo ist es hinführt? Nimm es automatisch auf, wenn du da übereinläufst. Oder musst du eine Taste drücken? Äh, F-Drück behalten. F-Drück behalten. Ah, der Pfur ist dahin. Bist du eigentlich mit der Ausdurze jetzt irgendwo an? Ah, können mich alle mal an Anstreifen. Wir nutzen nur unsere Chance. Das ist alles. Sind ja auch alles böse da hinten. Ja, 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 ja. Betrungen von 5 Stück. Wollen wir sie auseinander nehmen, oder? Weitergehen. Dann kommen wir gleich weiter. Also. Hoffentlich war es das. Das jüngste Gericht naht. Vorsicht! Das ist kein Spielzeug. Hehehe. Hehehe. Es hat viele Zivis rum. Ja. Wollen wir helfen da? Was hat sie da? Was hat sie da? Es tut nichts dergleichen. Hier ist die Pennsylvania Plaza. Hatten... ja, das ist schwer. Boah, schwer. Ich glaube, wir müssen da hin, oder? Pennsylvania Plaza. Da sind noch Raiders auf der Strasse, oder etwas. Die Zivis. Ich gehe gleich mal in Deckung. Hey, habt ihr Geld? Huh? Viert. Wie möchten wir? Ich gehe mal näher hin. Die Bauer von hier. Dann nehmen wir sie zueinander aus. Da gerade parat bist. Parat. Ja. Okay, geben wir. Die Zivis nicht beschiessen. Lade nach. Oh, da kommt er rechts. Schön gesehen. Den habe ich rechts. Blankieren. Alle down. Nice one. Oh, verschwommen in Sicht. Aber ich kann da nie etwas looten. Ist das da nichts looten? Ist das da kein grüner Strahl? Nein. Hm. Wäre schon mal bei dem etwas gewesen. Okay. Komisch. Was ist da bei mir? Ah, ein Nachgeladen, oder was? Der Gis ist schon geil gemacht, muss ich sagen. Ja. Warte, kann man den Vogel abknocken? Ja. Kann man. Punkt. Punkt. Zentrale. Hier ist Division Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer. Phase 2. Wer sie auch sind, sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht welche Arsch. Hilfe sie. Ah, scheiss drauf. Wir nehmen alles was sie haben. Wie kommen sie in meinen Funk? Wir retten ihnen den Arsch. Aber passen sie auf, dass sie auf keinen schiessen, der ihnen helfen will. Ende. Scheisse. Oh, wow, wow. Aha. Das geht vielleicht auch noch an uns an, was wir hier gehört haben. Ja. Fassen sie auf, dass sie auf keinen schiessen, der ihnen helfen will. Also hier müssen wir in die Kampfzone gehen. Nachgeladen. Gut. Sticky Bomb ausgerüstet. Gut. Also gehen wir rein. Gehen wir rein, ja. Achtung! Einzel auf lokale JTF Frequenzen. Einheit 43! Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Oder auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen sie sie sofort her! Vorsicht! Wir brauchen Unterstützung von der Stelle! Martinez zur Flanke! Los, los, los! Oh. Vorsicht! 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 Ich habe eine Panzerkunate. Es ist auch keine Panzerkunate. Aber mit V-Check. Das ist nicht gut. Nicht hier. Nicht hier! Dort ist ein Freund. Wo hat es noch Feind? Scannen wir mal. Ja, komm mal. Dort hinten und runter. Das wird euch noch leidtun. Geht. Oh, da ist auch noch einer. Noch mehr, Mann. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Ein offizieller Bericht. Die Division wird uns in Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie durch rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Aha. Was ist da vorne noch beim Ausrufenzeichen? Gute Frage. Die Munition liegt hier auch noch rum. Aufpassen. Das ist eigentlich noch recht gut gegangen. Wir müssen uns schnell selbst heilen. Sonst war es recht cool, muss ich sagen. Es kommt cool mit dem notlosen Laufen und Action-Passport. Bis jetzt wirklich. Das Ziel ist... Wie hast du dir da selber gekält? Mit V. Schau, wenn... Siehst du deine eigenen Starts auch, oder? Äh, ist das äh... Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da steht doch Heiligen. Ähm... Ja, schau da. V. V. Und Granaten. Ja, ja. Und Granaten. Ja, cool, ja. Ähm, jetzt müssen wir hier einkommen, oder was? Ich glaube. Ja. Alles okay, wir... Sicher im Bereich. Sicher im Bereich. Und Anulu ist verschwunden. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Ah, das ist ein persönlicher Raum. Ja. Nicht nur für sie sichtbar, okay? Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Interessant. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Also gut, müssen wir sogar noch Basisbau betreiben hier. Und das machst du immer für deinen Singleplayer, nehme ich an. Und der Rest ist Multiplayer. Das ist noch cool gemacht. Das ist wirklich noch cool gemacht. Das ist wirklich geil, ja. Muss ich sagen. Sicherheitsflügel. Jawohl. Wir brauchen sie. Denken sie mal daran. Aber ich glaube, die nächste Mission nehme ich in den nächsten Dings an. In den nächsten Aufnahmen, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Wir wollen jetzt ein kleines Folgepause machen. Ich würde sagen. Wenn wir gerade safe place sind. Ja. Es ist zwar eine kürzere Folge, aber... Aber gute. Eine sehr gute, intensive Folge, würdest du sagen? Ich würde auch sagen, hey, und es würde mich freuen, wenn du bei der nächsten auch wieder dabei bist. Weil das macht richtig Fun da. Das ist Burnerspiel, ja. Ja. Und wir suchen es heute noch. Okay. Merci fürs Zuschauen. Du noch nicht vergessen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.